Das Kraftwerk Hirschfelde hat wie nur wenige andere Industriebetriebe die südöstliche Oberlausitz geprägt. Landschaft und industrielle Entwicklung, viele Dörfer und Familien der Region sind mit ihm eng verbunden. Im historischen Betriebsarchiv ist diese Verbindung vielfältig nachvollziehbar. Zu vielen Themenbereichen gibt es Fotos, Schriftakten oder Baupläne. Mit diesen Dokumenten wollen wir die Geschichte des Kraftwerkes erzählen. Heute Laufkran von Unruh und Liebig im Maschinenhaus Werk 2 So ein geflügeltes Wort ist ja nicht nur eine großväterliche Lebensweisheit. Es kann auch im Alltag, zumindest dem eines Industriearchäologen, als Leitsatz und Handlungsanweisung dienen. Eine Betrachtung dieses Bildes illustriert die Ansicht. Nicht jeder wird die dunkelrote Fläche als Kran ansehen. Hat man aber schon einmal eine Werkhalle mit einer Laufkrananlage gesehen, liegt die Assoziation zum Kran nahe. Bei der industriearchäologischen Untersuchung der Maschinenhalle des Kraftwerkes Hirschfelde, die von Studierenden der Werkakademie im Jahr 2013 vorgenommen wurde, spielten die Laufkrane zunächst keine Rolle. Sie waren einfach nicht als Museumsobjekte angesehen worden, sondern lediglich als Hilfsmittel, um Museumsobjekte zu transportieren. Erst der Zufall machte deutlich, dass einer der beiden Laufkrane die älteste Originalmaschine im ehemaligen Kraftwerk war. Und das war dann der Ausgangspunkt für eine tiefergehende Untersuchung, die hier in diesem Podcast nachvollzogen werden soll. Laufkrane in Werkhallen, Hüttenbetrieben oder, wie im vorliegenden Fall in Kraftwerksmaschinenhäusern, sind meist, entsprechend der Logik des Bauprozesses, deren erste maschinelle Einbauten, wenn sie errichtet werden, und oft die letzten vor dem Abriss. Mit ihrer Hilfe werden zum Beispiel ortsfeste Werkzeugmaschinen, Stahlkonverter, Energieerzeugungsanlagen oder auch die Dächer der Gebäude, in denen sie sich befinden, errichtet. Werden Fabrikhallen umgenutzt, sind die dort eingebauten Laufkrane oft gern gesehene Relikte der vergangenen Nutzung. Sie verkörpern, mehr noch als die sie umgebenden Gebäude, die tatsächliche Produktion und stehen mit ihrer Vorwärts- und Aufwärtsbewegung für die geschaffenen Werte. In dem weiten Anwendungsbereich von Hebezeugen sind die Laufkrane in Maschinenhäusern sehr spezielle Maschinen. Ihre höchste Tragfähigkeit wird nur sehr selten, in der Regel bei der Montage eines Generatorstatus benötigt. Kleine Lasten sollen zum Beispiel beim Transport von Ersatzteilen schnell bewegt werden. Große Lasten müssen, beispielsweise bei der Turbinenläufer-Montage, überaus feinfühlig auf wenige Zehntel Millimeter genau positioniert werden. Von der einst über 60 Hektar großen Industrieanlage des Braunkohlen- und Großkraftwerks Hirschfelde sind nur noch wenige Gebäude erhalten. Das Maschinenhauswerk II und sein Kopfbau beherbergten bis 2017 das Museum und auch das Archiv. In diesem Teil des in seiner besten Zeit 330 Meter langen Maschinenhauses befinden sich zwei Laufkrane. Der ältere, um den es hier hauptsächlich geht, auf der Seite des Kopfbaus und der jüngere, der mit der Vorschaltanlage in den 50er Jahren errichtet wurde. Ein weiterer Laufkran ist noch im Pumpenhaus der Maschine 5 und wurde mit diesem Anbau an das Maschinenhaus Ende der 20er Jahre errichtet. Hinsichtlich ihrer projektierten Nutzung haben Krane eine eigenartige Stellung. So wie das Gebäude als äußere Hülle einen nur schwer veränderbaren Rahmen der Nutzung darstellt, so begrenzt der Laufkran mit seiner höchst zulässigen Nutzlast die Masse der hebbaren Teile. Seine Parameter sind später kaum zu verändern. Da die Massen des Kranes mit seiner Nutzlast über die Kranbahn auf das Gebäude übertragen werden, kann man von einem System Gebäude-Kranbahn-Kran sprechen, das ein limitierender Faktor der in ihm stattfindenden Produktion ist. Diese Begrenzung spielt üblicherweise keine große Rolle, denn die mit der beabsichtigten Produktion verbundenen Bedingungen, hier die zu bewegende Last, die sind ja bei der Projektierung in aller Regel bekannt. Das Gebäude wird zu einem bestimmten Zweck, dessen wirtschaftliche und technische Bedingungen vom Erbauer oder Nutzer gesetzt werden, errichtet. Krane und insbesondere Laufkrane in vorwetterschützenden Hallen sind langlebige Produktionsgüter, denn bereits bei der Planung wird in der Regel beabsichtigt, auch den Kran über die gesamte Gebäudenutzungsdauer zu nutzen. Wenn also das Gebäude, der Kran und die Nutzung eine Einheit bilden, dann bewirken möglicherweise Veränderungen von Nutzungsparametern auch Veränderungen der anderen Elemente dieser Einheit. Umgekehrt müssten dann Veränderungen des Gebäudes oder eben auch des Kranes, die wir heute beobachten können, auf eine einstige Veränderung in der Nutzung schließen lassen. Nun weiß man ja, dass das Kraftwerk Hirschwälde II noch während des Ersten Weltkrieges geplant wurde und dass es von Anfang an auf Erweiterung über Jahre oder sogar Jahrzehnte angelegt war. Zu diesem Zweck wurden künftige Betriebsflächen angekauft, aber auch die Kraftwerksgebäude selbst so angelegt, dass sie für die Aufstellung weiterer Turbinen verlängert werden konnten. Natürlich musste auch die Erweiterung der Kohletransportanlagen und Kohlebevorratung einkalkuliert werden. Nun stellt sich die Frage, wie das System Gebäude Kranbahn Kran mit diesem Erweiterungsgedanken zusammenhängt. Und haben veränderte Nutzungsbedingungen zu unerwarteten und deswegen ungeplanten oder sogar unerwünschten Veränderungen im ursprünglichen Gleichgewicht geführt. Und welche Rolle spielt es, dass das Kraftwerk II in den letzten Kriegsjahren projektiert wurde und der Bau in der Nachkriegs- und Inflationszeit begonnen wurde? War das Kraftwerk in jeder Hinsicht auf dem damaligen Stand der Technik? Diese Fragen sollen hier erst einmal als Anregung verstanden werden, um eine Richtung einschlagen zu können, in der die Antworten gesucht werden. Am Beginn einer Untersuchung kann man ja noch nicht wissen, welche Faktoren eine Rolle spielen werden. So sehr die Bedeutung der Krane auf der Hand liegt, es existiert mit Otto Kameras die Technik der Lastenförderung einst und jetzt, eine Studie über die Entwicklung der Hebemaschinen und ihren Einfluss auf Wirtschaftsleben und Kulturgeschichte lediglich eine einzige deutschsprachige Monografie, in der die Entwicklung von Kranen und deren Zusammenhang mit anderen technischen Entwicklungen dargestellt wird. Gewiss gibt es in der einschlägigen industriearchäologischen Literatur Hinweise auf die Schlüsselrolle von Kranen in der Industrialisierungszeit. Sucht man aber den Zusammenhang zwischen der Entwicklung einer Industrie oder sogar einer konkreten Fabrikanlage und dem jeweiligen Stand der Entwicklung der spezifischen Hebezeuge, so sucht man vergebens. Obwohl es also bislang keine eigentliche Krangeschichte gibt, so gibt es doch eine umfangreiche Literatur zur Technik des Kranbaus. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Kranbau mit seinen verschiedenen Facetten wie Lastaufnahmemittel, Seile, Ketten, Antrieb, Statik, Ausführungsbeispiele und so weiter umfassend behandelt. Und einzelne Werke können in ihrer Zeit auch als Standardwerke angesehen werden. Diese Werke hatten aufgrund des schnell wachsenden Erfahrungswissens oft auch Lehrbuchcharakter. Die Fachliteratur bildet aber nur einen Aspekt zum Verständnis. Vor einer industriearchäologischen Untersuchung ist es hilfreich, sich mit den grundsätzlichen Problemen seines Tuns auseinanderzusetzen. Das soll hier ansatzweise versucht werden. Dokumentation ist kein objektiver Prozess. Gerade die Wahrnehmung von Details ist mit dem Vorwissen und der Motivation des Wahrnehmenden eng verbunden. Deswegen steht vor der Untersuchung und Dokumentation des Kranes selbst das Studium der Fachliteratur zum Kranbau. Während das Sammeln von Informationen ziemlich ausufern kann, im Ergebnis auch allerhand Zufälle eine Rolle spielen können, ist das Ordnen danach doch eine klare Sache mit einfachen Prinzipien. Das Vergleichen und Bewerten der Informationen ist aber wieder so erfahrungsabhängig, dass es schwierig ist, sich und anderen jederzeit darüber Rechenschaft zu geben, warum man so und nicht anders verglichen und bewertet hat. Die Kontextualisierung, also das Herstellen von Zusammenhängen, wiederum ist mehr von Theorien bestimmt und verbindet die Information mit ihrer Interpretation. Und die Interpretation selbst? Trotz ihres Anspruchs, verstandesmäßig aus den Informationen Schlüsse zu ziehen, spielt auch sie sich vor dem Erfahrungshorizont ab. Im Zentrum der Dokumentation steht die fotografische Abbildung. Sie soll natürlich das gesamte Objekt in seiner Beziehung zum Umfeld, zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber auch seine Struktur, Funktionen und auch Details und Gebrauchsspuren sichtbar machen. Dabei gilt Elementen, deren Funktion nicht erkennbar ist oder die offensichtlich funktionslos sind, eine verstärkte Aufmerksamkeit, weil sie Hinweise auf Veränderungen geben. So könnte man an einer Bohrung in einem Träger achtlos vorübergehen, aber vielleicht ist sie auch ein Hinweis auf eine ursprüngliche Installation. Die Beschreibung des Gesehenen versucht dann noch einmal, die visuelle Wahrnehmung zu vertiefen und Zusammenhänge herauszuarbeiten. Die Auswahl und inhaltliche Zusammenfassung der Schriftakten sowie die Beschreibung der Planakten ist in ähnlicher Art vom Vorwissen des Bearbeiters geprägt wie die fotografische Dokumentation. Zu berücksichtigen ist natürlich aber auch, dass ein Teil der verwendeten Planakten, die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angestrebten Zustände darstellen können und somit keine Dokumente eines tatsächlich ausgeführten Zustandes sind. Und auch Normen müssen in die Untersuchung einbezogen werden, denn sie bilden einen Rahmen für den Bau und den Betrieb technischer Anlagen, wobei in unserem Fall zu berücksichtigen ist, dass es zum Zeitpunkt der Errichtung des Kranes noch keine diesbezügliche Norm gab. Schließlich sind moderne materialtechnische Untersuchungen auch noch ein Mittel, um Vermutungen zu stützen oder zu verwerfen. Das Kraftwerk Hirschfelde spielte besonders in den 20er Jahren eine große Rolle in der sächsischen Energieversorgung und ingenieurtechnische und ökonomische Ressourcen wurden darauf konzentriert. Seit 1917 führt die zunächst königlich-sächsische, dann staatliche Direktion der Elektrizitätswerke, also eine dem Dresdner Finanzministerium zugeordnete Behörde, die Geschäfte des Kraftwerkes. Der sogenannte Landeselektrizitätsrat soll die verschiedenen Interessen hinsichtlich der Stromversorgung von Gemeinden, des Landes, der Industrie usw. unter einen Hut bringen. 1922 wird den Mitgliedern des Rates diese Karte zum weiteren Ausbau der Elektrizitätsversorgung vorgelegt. Das Kraftwerk Hirschfelde ist zu dieser Zeit der größte sächsische Stromproduzent, das Kraftwerk Böhlen wird es später überholen. Beide befinden sich dort, wo der Energieträger, die Rohbraunkohle, gefördert wird. In Westsachsen gibt es noch eine gewisse Stromproduktion auf Steinkohlenbasis. Vergleichsweise kleine Kraftwerke, verstreutem Lande, verfeuern Braunkohlenbriketts und werden von Brikettsfabriken versorgt. Stromproduktion und Stromverbrauch müssen sich, wie schon an anderer Stelle ausführlicher erläutert, im Gleichgewicht befinden. Denn hat man zu viel installierte Leistung, wird die Produktion unrentabel. Hat man zu wenig, wird die wirtschaftliche Weiterentwicklung gebremst. Aber eben diese Entwicklung ist ja offen und viele Prognosen zur Energiebedarfsentwicklung lagen schon vor dem Krieg daneben. Und nach dem Krieg sind sie noch schwerer zu treffen. Das 1911 ans Netz gegangene Kraftwerk Hirschfelde 1 ist schon mehrmals erweitert worden. Und nun wird das neue Kraftwerk Hirschfelde 2 anders konzipiert und leichter zu erweitern sein. Nämlich, indem man es nach Bedarf und vorhandenem Kapital einfach verlängert. Diese Verlängerungsidee geht davon aus, dass man eine weitere Produktionseinheit, einen Turbinsatz, ein Kesselhaus oder ein Kohlenbunker, an die vorhandene Struktur anbaut. Die Idee ist nicht schlecht, berücksichtigt aber nicht, wie noch gezeigt wird, die enorme Geschwindigkeit, mit der sich technische Veränderungen im Energiemaschinenbau vollziehen. Turbinen und Generatoren werden immer größer und leistungsfähiger, die benötigten Dampfdrücke immer höher und die Dampfkessel deswegen immer voluminöser. Und alle Maschinen dabei immer schwerer. Schon bald sind die Grenzen der projektierten Belastungen erreicht und werden überschritten. Aber die wirtschaftlichen Zwänge sind groß. Betrachten wir nun das Maschinenhaus etwas näher. Um sich im Maschinenhaus zu orientieren und Beobachtungen eindeutig, nachvollziehbar und klar zu beschreiben, sind Begriffe wie vorne und hinten oder links und rechts eher ungeeignet, denn es kommt ja dabei immer auf den eigenen Standort an. Auch die Himmelsrichtungen sind ungeeignet, weil ja niemand mit dem Kompass in der Hand ein Buch liest oder einen Podcast hört. Dieses Problem stellt sich nicht nur dem späteren Betrachter, sondern die alten Kraftwerker hatten da auch schon eine Lösung. Es gab also im Maschinenhaus die Kopfbauseite und die Bahnhofseite, die Schalthausseite und die Kesselhausseite. Diese Begriffe sind auch für den Kran eindeutig. Nun folgen einige Beschreibungen des Kranes. In der diesem Podcast zugrunde liegenden Bachelorarbeit gibt es davon mehr und sie sind darin auch ausführlicher. Hier soll aber nur ein Einblick in die Arbeitsweise anhand einiger Beispiele gegeben werden. Um die Beschreibung leichter fasslich zu machen, habe ich zusätzlich ein Schema beigefügt, das die Lage einzelner Baugruppen oder Details wiedergibt. Betrachtet man von unten die beiden Nebenträger des Krangerüstes, so fällt auf, dass sie unsymmetrisch sind. Auf der Bahnhofseite sind zwei U-Profile zu einem Doppel-T-Träger zusammengenietet. Auf der Kopfbauseite befindet sich nur ein Winkeleisen. Eine Funktion für die Statik des Kranes hat das Doppel-T-Profil nicht. Wozu diente es also? An der Befestigung dieses Doppel-T-Trägers fallen unterschiedliche Niete auf. Die Niete direkt am Träger haben flachere Köpfe als die Niete, die sich daneben befinden. In der Fachwerkkonstruktion des Kranes fällt eine weitere Besonderheit auf. Die Nebenträger werden nicht nur von Waagerechten, sondern auch von Winkelprofilstäben, die in einer lotrechten Ebene verlaufen, gestützt. Allerdings verlaufen diese Stäbe von den Hauptträgern zu den Nebenträgern von oben nach unten werden also auf Zug statt wie erwartbar auf Druck belastet. Warum? Fast alle Verbindungen im Kranfachwerk sind Nietverbindungen. Aber einige, und zwar die, die den Steuerstand am Kran befestigen, sind nicht genietet, sondern geschraubt. Auch das ist erklärungsbedürftig. Zur Beantwortung der Fragen, die sich bei der fotografischen Dokumentation ergeben haben, liegt es nahe, Fotos aus dem Archiv zurate zu ziehen. Das geht mit hoch aufgelösten Digitalisaten besonders gut. Aber man muss trotzdem schon sehr genau hinsehen, um auf dem Foto vom Februar 1921 das Detail zu erkennen, das die Erklärung für den anfangs bemerkten Doppeltätträger liefert. Der Träger war die Laufschiene einer Handlaufkatze. Auch ohne Stromanschluss ließen sich so kleinere Lasten bewegen, zumindest in Querrichtung zur Maschinenhauslängsachse. Und auch die flachköpfigen Niete finden hier ihre Erklärung. So ließ sich die Katze 30 cm weiter in beide Richtungen bewegen. Eine weitere Quellengattung ist, wie erwähnt, das Zeichnungsmaterial im Archiv. Auch hier muss man, wenn auch in anderer Weise, sehr genau hinschauen. Eine Entwurfszeichnung von 1918, also drei Jahre vor Inbetriebnahme des Kranes, gibt Anhaltspunkte zur Beantwortung der Frage nach dem angeschraubten Steuerstand. Dort ist nämlich eine Flursteuerung eingezeichnet und kein Steuerstand. In dieser Zeichnung sind auch die Stäbe für die Nebenträger anders ausgeführt, als am Kran zu sehen. Bahnhofseitig sind nämlich auf Druck belastete Stäbe vorgesehen, aber kopfbauseitig werden die entsprechenden Stäbe auf Zug belastet. Und es finden auch leere Bohrungen in einer Erklärung. Nämlich bezog die Laufkatze ihren Strom ursprünglich von drei Stromschienen. Die waren dort montiert, wo sich nun die Bohrungen befinden. Eine Untersuchung der Farbschichten bringt noch eine Bestätigung der Vermutung, dass der Steuerstand zu einem späteren Zeitpunkt an den Kran geschraubt wurde. Der Steuerstand zeigt eine Farbschichtfolge, die auch auf Teilen zu finden ist, die sicher 1920 schon vorhanden waren. Aber diese älteren Teile haben ganz unten noch zwei Farbschichten mehr. Zurück zum System Gebäude Kranbahn Kran. Auf Fotos fällt das nicht so sehr auf, aber in der Querschnittszeichnung schon. Salopp gesagt, der Kran sitzt sehr knapp in seinem Gehäuse. Zwei Jahre nach seiner Errichtung traten die Unfallverhütungsvorschriften für Laufkrane des Reichsversicherungsamtes in Kraft. Und eine davon hatte besondere Bedeutung. Ein Kran mit Steuerstand musste jederzeit verlassen werden können, und zwar über ein Laufsteg. In Hirschfelde hatte man aber die billigste Variante gewählt, ein Kran ohne Steuerstand, sondern mit Flursteuerung. Aber der nachträgliche Einbau eines Laufsteges war nun nicht mehr möglich. Ein weiteres ernstes Problem trat hinzu. Wie schon erzählt, wurden die Turbinen und Generatoren leistungsfähiger, größer und schwerer. Der Kran war für 60 Tonnen Höchstlast projektiert worden. Aber bereits fünf Jahre nach seiner Inbetriebnahme musste er höher belastet werden. Leider ist aus dieser Zeit nicht überliefert, wie im Kraftwerk mit diesem Problem umgegangen wurde. Später aber, aus der Zeit nach dem Kriege, gibt es reichliches Aktenmaterial über die Vorgänge um den Kran. Immer öfter musste der Kran überlastet werden, es gab heftige Auseinandersetzungen mit der technischen Überwachung und bei besonders schweren Lastfahrten wurde mit einem Nivellier die Durchbiegung gemessen. Aber es kam noch schlimmer. Der Kran fing an, an die Maschinenhauswand zu stoßen. Und als Ursache wurden Verwerfungen der Kranbahn ermittelt. Um diese zu verstehen, kann man sich die erhalten gebliebenen Profile der Baugrunduntersuchungen ansehen. In ihnen sind die abwechslungsreichen Bodenschichten zu erkennen. Um die Gebäudelasten in diesen Boden abzutragen, mussten sie auf geeignete Weise gegründet werden. Von vielen Gebäude oder Gebäudeteilen sind die Pläne der Pfahlgründungen, auf denen die Fundamente errichtet wurden, überliefert. Von den Pfeilern der Maschinenhalle des Werkes 2 kennen wir zwar Querschnitte der Fundamente, haben aber keine Belege für deren Pfahlgründung. Messtechnisch belegt ist aber, dass sich die Pfeiler der Maschinenhalle, auf denen ja die Kranbahn ruht, im Laufe der Jahrzehnte setzten und bewegten. Dabei gab es Abweichungen in alle Richtungen und der Kran begann an der Maschinenhauswand zu schleifen und auf seinen Schienen zu klettern, also die Spurgrenze der Räder hatten das Bestreben, auf die Schienen aufzufahren. Das schränkte schließlich die Funktionsfähigkeit des Kranes beträchtlich ein. Und Abhilfe konnte mit vertretbarem Aufwand nicht geschaffen werden. Fasst man die Informationen über den Kran zusammen, ergibt sich folgendes Bild. Zu Beginn wird der Kran von der Maschinenhausflur oder der ebenerdigen Baustelle aus bedient. Einige Jahre später, die ersten Maschinensätze sind schon am Netz, wird ein Steuerstand eingebaut, was auch den Umbau der Stromversorgung der Laufkatze nötig macht. Schon bald erweist sich für die oft sehr langen Traglasten ein Doppelhaken als vorteilhaft. In den 30er Jahren wird die ursprüngliche Handlaufkatze durch einen elektromotorischen Flaschenzug, den D-Mark-Zug, ersetzt. Nach dem Kriege und in der DDR-Zeit sind vielerlei Auseinandersetzungen um den Kran dokumentiert. Strenge Mitarbeiter der technischen Überwachung haben ihre wohlbegründeten Paragrafen und Drohnen mit Stilllegung, während die Kraftwerker versuchen, pragmatische Lösungen zu finden. Die Energieerzeugung hat Priorität und der technischen Überwachung werden manchmal beide Augen zugedrückt, in der Zeit nach dem Kriege durchaus auch mit drohenden Hinweisen auf die Wünsche der sowjetischen Besatzungsmacht. Das Schleifleitungssystem wird zwar 1970 modernisiert, aber die Grundprobleme des Kranes, nämlich der fehlende Laufsteg und die insgesamt zu schwache Kranbahn-Krankonstruktion können nicht gelöst werden. Statt des fehlenden Laufstegs wird über lange Zeit eine Strickleiter benutzt, die 1981 reißt, wobei zwei Kollegen schwer verletzt werden. Der Einbau einer klimatisierten Krankabine bleibt ein unerfüllter Wunsch in den 80er Jahren. Die Gefährdung des gesamten Kranbetriebes konnte in der angespannten volkswirtschaftlichen Situation der DDR nicht befriedigend gelöst werden. Weder war eine Abschaltung des alternden Kraftwerkes in Anbetracht der permanent angespannten Energieversorgungssituation vertretbar, noch war eine Generalüberholung der Krananlage ökonomisch möglich. Diese als Anzeichen der Agonie der DDR-Wirtschaft deutbare Situation spiegelt sich in den aktenkundigen Auseinandersetzungen um den Kran zwischen den unmittelbar verantwortlichen Ingenieuren in Hirschfelde mit der Kraftwerksleitung in Hagen-Berder besonders deutlich wider. Der in Hirschfelde untersuchte Laufkran und mit ihm die gesamte vorhandene Krananlage ist mit seinen Sicht und durch die Aktenfunde auch deutbaren Veränderungsspuren zu einem Zeugnis der Entwicklung des Kraftwerkes geworden. Anders als viele andere technische Objekte, die im technischen Denkmal Kraftwerk Hirschfelde aufbewahrt und gezeigt wurden, repräsentiert er nicht einen Zustand, nicht eine bestimmte Etappe technischer Entwicklung, sondern er repräsentiert die Veränderungen in der Nutzung des Kraftwerkes selbst. Die Umstände der Planung und der Anfangsjahre des Kraftwerkes sind in ihm durch den frühzeitigen Umbau ebenso materialisiert wie der Kontrast zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in der DDR dies im Nichtvorhandensein der klimatisierten Krankanzel und der aktenkundigen Diskussion darüber ist. Die Schleifspuren des Kranes an den Maschinenhausstützen sind sogar sowohl Zeugnisse einer in ihrer Zeit interpretierten Bauplanung als auch zugleich Zeugnisse der andauernden Unfähigkeit, die baulichen Probleme zu beheben. Der naheliegenden Überlegung eine Konzeption zur Darstellung genau dieser Zusammenhänge im Rahmen der Präsentation des technischen Denkmals Kraftwerker Schfelde zu erstellen ist leider die Grundlage durch die Sperrung des Maschinenhauses für die Öffentlichkeit wegen seiner Baufälligkeit entzogen. Die Krane dienen gegenwärtig in ihren Ruhepositionen der Stabilisierung des Baukörpers. Zuletzt wurden die Krane für den Abbau der Museumsobjekte benutzt. Wenn Sie Fotos oder Schriftstücke besitzen oder Erlebnisse aus dem Kraftwerker Schfelde zu erzählen haben, würden wir uns über Ihre Mithilfe beim Vervollständigen des historischen Betriebsarchivs Kraftwerker Schfelde freuen.